Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Was verlangen Sie von mir? Sagen Sie, was es ist. Aber tun Sie, warum ich Sie bitte. Was soll ich tun? Ich gebe Ihnen dafür, was Sie verlangen. Das kann ich nicht tun. Aber lass uns ganz offen sein, du hast nie Wert gelegt auf meine Freundschaft. Aber nun kommst du und sagst, Don, verschaff mir Gerechtigkeit. Du kommst nicht etwa her, um mir Freundschaft anzubieten, um mir Respekt zu zeigen. Du nennst mich nicht mehr Pate. Dann lassen Sie diese Schweine fühlen, was Sie verbrochen haben. Wie viel soll ich bezahlen? Buona sera! Was habe ich dir bloß getan? Wer bist du in Freundschaft gekommen? Wollen Sie mein Freund sein? Mein Pate? Gut. Möglicherweise, eventuell, vielleicht auch nie, bitte ich dich, mir eine kleine Gefälligkeit zu tun. Aber solange mache ich dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Wechsel unbedingt deinen Duft. Don Nummer eins. Mafia Flavor. Only for you. TeilenderPCöffende Egal Äfähig Zusammens sch Woof jeweils Schritt Schritt Bang, 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 do-do-do